Hallo Minecraft, Willkommen zurück zu Captive Minecraft. Uchsa, jetzt habe ich Nixer. Toll. Warum ist das Schnee? Ich glaube, da habe ich mich mal hochgebaut. Ich guck mal gerade, ob ich da vielleicht irgendwann mal was übersehen hätte. Aber da geht es ja nirgends hin. Aha! Ja, haben wir doch was übersehen. Ist ja interessant. Ja. Hier ein Spawner. Gewäßt. Jetzt Spawner getötet. Und nix mehr Spawning hier. Wo sind wir denn hier? Ah, hier geht es hoch. So, wir können, wie wir im letzten Part noch gesehen haben, noch ein Achievement machen, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob ich dafür alles oben habe. Ja, ihr erinnert euch vielleicht. Ups. Ich war der Meinung, wir könnten im Brewery, also so einen Braustand machen. Ähm, der geht, glaube ich, bloß aus einem Blazerod und Slaps. Ich glaube, mehr ist das gar nicht. Warte mal, den harten Clay können wir mal mitnehmen. Weil den brauchen wir ja. Und das Eisen nehmen wir auch mit. So, hauen wir einfach hier nochmal ein Löchchen rein. Bis zum World Border. Da kommen wir sogar irgendwo raus. Naja. Naja, was soll's. Weiter. Ach, ne. Da brauchen wir schon mal. So. Also mal schnell nach oben. Und dann gucken wir mal, ob man eine Brewery, äh, so einen Braustand zusammenbekommen. Eisen, haben wir eigentlich immer gut gefarmt. Warte mal. Können wir hier nochmal nicht in die Richtung. Ah, da waren wir schon. Ah, da ist das mit dem Zuckerrohr. Okay. Okay, dann weiß ich, wo wir hier sind. Rappappappappappapp. Ach so. Ach so, da geht's ums Eck. So. Wir sind oben. Die Kuh ist gewachsen. Und wir gucken mal, ob wir da einen Blaze Rod haben. Ein Blaze Powder. Nein, kein Blaze Rod. Oh, dann müssen wir wieder in den Meter. So. Oh, nur drei, nur drei Gold haben wir gefunden. Das ist ziemlich wenig. Ich dachte, wir hätten mehr Gold gefunden. Haben wir uns wohl getäuscht. Ähm. Ich komm da rein. Warte mal, wir müssen irgendwie ein Skelett töten oder so. Oder? Killer-Geslammer für Error von more than 50 meters. Ja, das ist kein, das ist nicht schwer. Ihr kennt mich ja. Ihr wisst ja, wie gern ich... Ein Stick nehmen wir mal mit. Die Wine machen wir da rein. Ähm, Leder. Und die Strings nehmen wir mal raus. Dass wir da ein bisschen Platz für die Bücher haben. Ähm, ihr kennt mich ja. Ihr wisst genau, wie gern ich mit dem Bogen schieße. Aber so ein halb kaputter, der bringt mir irgendwie nichts. Wir können uns einen neuen machen. Haben wir nicht schon einen? Nee. So, dann craften wir uns einfach kurz einen Bogen. Und den kaputten, den hauen wir da rein. Die haben wir einen Diamond Hoe. Ich find's ja komisch, dass die da gedroppt ist. So, äh, ne Kartoffel. Ne Kartoffel sollten wir behalten. Guck, Porkchop, nimm mal mit. So, okay. Jawoll, Neto, wir kommen. Äh, warte mal. Doch, ja, wir kommen. Ne, gehen, ne, ne, da. Oh, ich wollte eigentlich noch eine... ...no eine Suppe mitnehmen. Oh, es leckt gerade ein bisschen. Du musst jetzt mal weggehen da. Sonst muss ich dich hauen. Ja, klar. Da war gar kein Platz, dass die mich treffen konnten. Ey, das Schaf ist zurück. Oder? Ja. Komm doch mal runter, ihr Feiglinge. Die sind so feige, dass die nicht hier runterkommen. Hallo, komm doch mal runter. Kämpf doch mal wie Männer. Oh, da liegt sogar ein Blaze, glaube ich. Da liegt ein Blaze Rod. Oh, Mann. Äh, muss man gerade schauen. Ähm, wo ist denn Minecraft? Ich glaube, der war ganz einfach. Genau, ein Blaze Rod und Cobblestone. Dann haben wir eigentlich schon alles. Die kommen nicht hier runter. Die sind so feige. Ja, und dann schießen sie immer so. Ja, klar. Als ob. Hab keinen Bock mehr auf euch. Ihr seid doof. So, warte mal. Ich wollte jetzt ganz schnell eigentlich, ähm, hier. Ich muss noch ein paar Zäune machen. Ähm, andersrum. Wo ist das Schaf jetzt schon wieder hin? Ey, ist das ein doofes Teil. Ich hab's gerade aus dem Nähter geholt. Jetzt ist es wieder reingegangen. Ist das doof? Können wir mal weggehen? Das ist wirklich wieder zurück in den Nähter gegangen. Alter. Was ein Murks. Ah, da sind die Goldblöcke drin. Zwei Stück hatte ich. Ich brauch aber noch viel mehr. Ähm, warte. Brewing Stamp. Gobblestone. Gobblestone. Hier. Einmal so. Einmal so. Brewing Stamp. Jawohl. Jawohl. Machen wir mal hier so. Ne, Quatsch. Wir platzieren dann auf dem Boden. So. Was kommt da jetzt rein? Ich spickel nochmal schnell. Ähm. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie Glasflaschen. Ah, wir haben nicht mal Sand hier. Wo kriegen wir denn Sand her? Hallo, nicht untergehen. So. Ich bin gerade am überlegen, welches Achievement wir als nächstes machen können. Hm. Minecraft. Cake. Ich glaube, wir brauchen ne, wir brauchen ein Ei, aber zwei jetzt Zucker. Zwei Zucker. Aber wo soll man denn den Zucker hernehmen? Also wenn ich da unten wenigstens so ein paar Brown haben wir schon. Wenn ich da unten wenigstens so ein paar Teile da fertig machen könnte. Lime. Green Stained. Cyan. Purple. Purple. Blue. Orange. Pink. Aber haben wir nicht? Haben wir nicht? Haben wir nicht? Haben wir nicht? Oben noch mehr. Da sind ja erst welche wieder frei geworden. Red Stained und Orange haben wir. Aber wir müssen Orange machen. und ich glaube, für Orange habe ich nichts da. Warte mal. Können wir hier cheaten? Ja, wir können cheaten, Alter. Was ist das denn? Du, 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 du. Das haben wir doch alles hier. Gib mir doch mal was Gescheites. Das war jetzt wirklich ein Cheat, Alter. Einfach das Ding, ähm, das Teil reinlegen und dann wieder rausnehmen. Ich will mal gucken, was hier oben ist. Okay. Gab es jetzt noch irgendwo eine Kiste? Moment, die immer rein zu lassen. Eier. Eier. Das lassen wir auch da. Hier. Da rein. Yeah. Oder? Yeah. Was wollte ich denn jetzt? Wollen wir irgendwas machen? Ah, irgendwo. Genau. Hier, Maschumzug. So, und dann den Clay wieder zurücklegen. Und ich glaube, im Neder kommen wir jetzt auch nochmal an die Kiste dran. Glaube ich. Da ist es. das blödste Tier überhaupt. Andita. Ja, da waren wir schon dran. Da ist noch ein Spawner. Ist ja übel hier. Also, hier will ich eigentlich nicht bleiben. Ich gehe wieder zurück. Was machst du? Abhauen. Schafe. Schafe sind einfach nur doof. Das ist immer doof. Warte mal. Wenn die, äh, Suppen so schnell, äh, leer sind, dann holen wir uns mal noch ein paar. Warte, können wir noch mal eine holen? So. Äh, halt runter. Da kommen wir leider noch nicht dran. Den da können wir mal abbauen. Plopp. an die konnten wir schauen. Also, nichts Neues hier. Upp. Ja, wir müssen Kisten suchen. Wir müssen Kisten suchen. Anders geht's gerade nicht. Die Frage ist natürlich wirklich, ist hier außerhalb von meinem Gang, den ich schon irgendwann mal gegraben hab, inzwischen, äh, ach, das ist der Monster Spawner. Es kann natürlich sein, dass da noch mal irgendwo Kisten versteckt sind, ja? Und wir waren wieder so dumm und haben keine Fackeln mitgenommen. Und wenn wir Pech haben, spawnen hier Monster. Egal, wir gehen mal nach unten, gucken mal, was da abgeht. Oder war da nicht sogar? bei der einen Plattform noch eine Kiste. An die kommen wir nicht ran. Weißt du, da unten, wo, ähm, wo die Höhle geworden ist? Äh, wo die Höhle ist. Hier. Nee, die haben wir schon gehabt. Die hat wir schon. Ich würde auch gerne wissen, was dahinter ist. Kann ich das abbauen? Ja, kann ich. Oh, Eisen. noch mehr Eisen. Oh, noch mehr Eisen. Nehmen wir doch mal mit. Aber ich weiß immer noch nicht, was da, äh, so interessant dran sein soll. Ah, die brauchen noch mehr Kisten. Wir brauchen endlich Zuckerrohr, aber ich weiß nicht, wo ich den Scheiß hernehmen soll. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Ha? Sagen wir das mal einer. Eisen können wir mitnehmen, äh, unendlich. Aber Eisen brauchen wir eigentlich gar nicht so viel. Okay. Wir hängen wieder, wir hängen wieder. Merkt ihr das? Wir kommen wieder nicht voran. Ähm, Axt. Oh, mein Handy geht gerade hier. Ist mir aber egal, ich bin in einer Aufnahme, hab keine Zeit. Ähm, so. Äh, wir hatten sogar Sticks. Dann brauchen wir jetzt noch Kohle. So, ich hab's immer noch nicht geschafft, das Ding hier umzustellen. Ähm, ist aber gar nicht so wild, finde ich jetzt. Zumindest für mich nicht. Mir macht das nichts aus. Ui, das war knapp. So, theoretisch hätten wir jetzt genügend Enderperlen, um, ähm, um da ins Ende zu kommen. Äh, genügend. Wir haben den ganzen Ding freigeräumt. Ah, da kommen wir nicht lang. Da können wir nichts wegbauen. Ja, Sackgasse. Wir kommen wirklich wieder nicht weiter. Das ist immer doof. Oh, hier ist ja auch noch ein Haufen Kohle. Warte mal, dann machen wir doch mal folgendes. Wir hauen hier Kohle, äh, Eisen rein und noch ein bisschen Kohle. Ups. Hab ich glaube den Zaun verbrannt, aber das ist ja nicht so wild. Autsch. Immer, immer, immer ausleuchten. Das haben wir in der, äh, in dem Let's Play hier ganz schnell gelernt. Das Ausleuchten des A und O ist. Und das hier kommt man auch noch dran. Dann nehmen wir das Gold auch mit. Also das Einzige, was man wirklich nicht weg... Wow! Wo kommst du denn her, du? Wow, und jetzt geht jetzt auch noch das Handy, hey. Wow! Wow, dammit, hat mich das erschreckt. Wo kam denn das her? Und dann, dann findet auch das Handy an, zu vibrieren und dann denkst du, oh, fuck! Da muss noch mal ein Skelett-Spawner sein. Da muss noch mal ein Spawner sein. Ja, ich weiß, Klickspawn bringt nichts, ist mir aber egal. Da muss noch mal ein Spawner sein. weil... Weil... Es ist einfach so, dass... Da ist er. Puh! Vielleicht mache ich gerade einen Fehler, dass ich die ganzen Spawner abbaue. Aber bevor ich hier wieder andauernd draufgehe und sterbe, ähm... Dann machen wir das lieber so. Können wir TNT bauen? Ach nee, wir haben keinen Sand. Ne, seht ihr? Alles hängt irgendwo. Ähm... Da könnte noch mal irgendwo ein Spawner sein. Weil, ähm... Ich denke gerade daran, dass wir irgendwie Enderperlen farmen müssen. Und ich glaube, ich werde hier einen relativ großen Raum errichten. Ähm... Indem wir dann die Endermans farmen können. Und, äh... Das machen wir aber in der nächsten Folge. Für heute war es das wieder von Minecraft Captive. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wie jedes Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Oder einen Kommentar. Oder... Was hier... Wenn ihr Kritik habt, was ich besser machen könnte. Oder, äh... Schlechter. Oder überhaupt nicht. Dann einfach reinschreiben. Und... Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Moment, ich mach noch hier zwei, drei Verkennungen. So. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.